So erlebt Leipzig die Weltelite des Springsports bei der Partner Fährt. So sieht's aus, wenn Saskia Meyer frühmorgens ihren Start in der Amateur-Tour hat. Als Videobloggerin reitet sie nicht nur, sondern zeigt ihren Fans über YouTube und Instagram, was sie täglich erlebt. Über ihren Videochannel können ihre Follower hautnah mit dabei sein. Ich werde denen zeigen und auch kommentieren, wo unsere Stärken und Schwächen waren. Denn so kann nicht nur ich davon lernen, sondern auch die Zuschauer. Und das ist auch so etwas, was mir sehr wichtig ist, dass sie verstehen, warum ich etwas genau so mache. Und ich werde natürlich auch ganz, ganz viel zeigen, was hinter den Kulissen abgelaufen ist. 80.000 Fans und Follower erleben Leipzig mit Saskia Meyer.